Hi Leute, ich wollte euch heute mal ganz kurz zum Potluck wieder einladen. Und zwar, wie ihr seht, ist das Wetter ja schon wieder besser hier. Und ja, deswegen wollte ich mal wieder einen Potluck organisieren. Und zwar, der Termin ist der 21.04. Samstag, 13 Uhr. Und ihr könnt einfach in die Facebook-Gruppe gehen, auch wenn ihr da noch nicht seid, in die Community-Gruppe in Facebook. Und da poste ich den Termin nochmal. Die Veranstaltung ist auch in Facebook. Und ich schreibe die Infos auch nochmal hier und das Video drunter. Genau. Ja, das ist so, was als nächstes ansteht. Und ich freue mich schon, dass es jetzt wieder warm wird. Und im Sommer übrigens, das habe ich auch noch nicht angekündigt, findet wieder ein Retreat statt. Und zwar fast ein Retreat wieder. Und es wird acht Tage in Österreich, in einer schönen Berghütte, mitten im August. Also 10. bis 17. August. Und da freue ich mich auch total drauf. Also wenn euch das interessiert, dann geht einfach unten auf die Webseite iom.world. Und da stehen die ganzen Infos. Genau. Und ansonsten macht's gut, Leute. Das wollte ich nochmal kurz ankündigen. Und ich freue mich, wenn ihr beim Potluck dabei seid. Und dann bis dann. Ciao.